Stufen Hermann Hesse Gelesen von Chintian Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereits zum Abschied sein und Neubeginner, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum vorschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch und traurig eingewohnt, so droht er schlafen. So droht er schlafen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lebender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, nimm Abschied und gesungen. Begleit und gesungen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 藏瓶杯酒 掌精神